Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei ist heute der liebe SK-SHOW! Yo, yo, yo! Der liebe Alferstein! Der liebe Alferstein! Super! Und iCrymex ist auch mit dabei! Alf, würdest du dich kurz ready machen? Es wär echt nett, Alferstein! Wir haben nicht all so viel Zeit! Gleich weg ins Schwimmbad! Ich muss jetzt schon... Tobi, wir haben uns gerade was ausgedacht und zwar kennt ihr doch alle noch die wunderbare Erfolgsschau So, wir haben überlegt, wir machen Heidensteak in einem riesigen Türenlabyrinth Und der Sucher darf keine Waffe außer... Labyrinth! Mann, halt dein Maul, Alter! Labyrinth! Wir gehen nach Solti! Darf keine Waffe außer dem Jagdgewehr benutzen und die anderen gar keine Waffe Die können sich aber durch verschiedenste Türen von dem Sucher relativ schnell entfernen Und meine Freunde, es ist dem Sucher ebenso erlaubt an manchen Stellen Fallen zu platzieren Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und bauen das wunderbar größte, schönste Labyrinth der Welt Oder Tobi? Labyrinth! Labyrinth! Alter, hörst du die Musik? Wo rausspringen? Äh, bei Solti bitte, Schätzeleins, da ist nämlich eine große Flasche, wo wir genügend Platz haben Drei, zwei, eins, raus! Labyrinth! Labyrinth! Wir suchen uns jetzt erstmal alle ein bisschen von diesem wunderbaren... Holz! Labyrinth! Labyrinth, du bist kaputt! Was? Häh? Landet mal da vorne bei den LKWs, da ist nämlich genügend Stahl Ich bin mit der Hatzsäcke gekommen, ich bin schwarz geworden! Ja, das könnte sein, dass du die Stromberechnungen nicht bezahlt hast Das machen die auch öfters, die Bildschirme, die... Ja, ja, die... Ah, ich rede wieder! Ja, ja, genau, das war wahrscheinlich nur so ein kleiner Fehler Wir bauen hier vorne erstmal dieses wunderbare Haus ab, Leute, wenn ihr so nett sein würdet Ja, hier vorne das Maul... Alperstein, ich weiß nicht, was das soll, wir haben uns schon begrüßt Also, an der Stelle jetzt auch vielleicht ein bisschen spät Hä? Can I have a jetpack? Nein, hast du nicht Doch, hab ich Was? Hä? Warum ist das Jetpack wieder zurück? Nein! Okay, es wäre trotzdem nett, wenn ihr hier vorne vielleicht kurz das Ding kaputt machen würdet, das Haus Das Haus, was hier steht Ähhh, hier explodiert gerade alles, ich hör dich nicht Das Haus hier kaputt machen! Alperstein, mach das Haus hier kaputt! Alles kaputt machen, dass das Haus hier weg ist Und dann bauen wir hier unser Labyrinth hin Labyrinth Dann geht's auch schon direkt los, oder? Achtung! Was soll das? Was soll das? Tobi, du hast es doch eilig. Warum machst du das? Hat jemand der Rocket-Muni? Dann würde ich helfen. Baut einfach alles ab, baut einfach alles ab. Hab ich doch. Ja, wo ist der eigentlich, Alter? Der Looter. Ich bin herrschend. Ja, helf uns mal mit, Alter, du fauler Hund. Lass ihn doch looten. Nein, Paluten ist ein anderer YouTuber. Ich würde sagen, ich bau jetzt erstmal hier ganz kurz die Grundform des Labyrinths, wie groß das wird, ja. Labyrinthe. Baut da jetzt mal oben drüber bitte noch einen Boden drauf, Digi. Darauf kommen dann die ganzen Türen. Tobi, beruhigt dich, bitte, danke. So, Leute, und dann wird darin hide-and-seek, Alter, wie noch nie hide-and-seek worden ist, meine Freunde. Aber anders, Digi. David, du bist so cool. Dankeschön, Alphastein. Danke, du bist echt der Netteste. Wieso gibt es das Jetpack-Video, Alter? Hab ich irgendwas verpasst? Äh, Update. Oh, Baum. Oh, Baum. Die Polizei kommt. Alter, es wird immer unangenehmer, mit dir aufzunehmen, Tobi. Sich mit dir in einem Raum zu befinden, ist wirklich echt einfach nur unangenehmer. Du bist nicht in einem Raum mit mir. Team Speak. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Taba, du Opfer. Er ist wieder an. Ich hab da einen Taktakt. Baut doch mal hier einen Stahlboden. Baut doch mal jetzt hier einen Stahlboden. Helf mir mit, Alter. Ein kleiner Sohn, bist du fauler Hundesohn. Lass ihn doch jetzt mal looten. Nein, der hat fertig gelootet. Jetzt mach weiter und bau. Ich hab noch gar nicht gelootet. Ja, was machst du denn die ganze Zeit? Ich muss ein bisschen das Zeug erledigen. Junge, du machst gerade dein eigenes Video fertig, während wir mein Video aufnehmen. Du Hundesohn. Komm jetzt hier rüber. Nimm jetzt Zeit für deinen Drecks-Content. Also nimm jetzt Zeit für meinen Drecks-Content. Komm jetzt hin, du Stück Sch***e. Ach, einfach steigen Witze. Mach das Holz weg da jetzt, Mann. Obendrauf kommen jetzt diese wunderschönen... Boah, Alter, ist dieser... Ich hasse einfach so sehr, ne? Der ist zu dumm für alles, dieser Junge, Alter. Wieso nehme ich überhaupt mit ihm auf? Ah, ja. Setz mal alles hier, wenn du so stahlst. Es muss alles stahl sein. So, hier, einmal drumherum Stahlwände. Und dann machen wir quasi einmal das hier. Wir bauen das jetzt genau so hier voll, wie ihr es gerade seht. Und überall kommen Türen rein. Im Baumarkt, da waren noch immer so Türen aufgebaut, so ganz viele. Da bin ich mir durchgelaufen. Weil, kennst du das? Ja, okay, ich kenn das wirklich. Ja, dann bin ich immer gegen die verschlossene Tür, weil die waren auch manchmal zugesperrt. Dann hab ich nach dem Schlüssel gefragt. Wusstest du, dass zwischen diesen ganzen Türen in der Mitte ein geheimer Raum ist von den Mitarbeitern? Also die Leute, die jetzt in meinem Baumarkt arbeiten, die können mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist wirklich so, Alter. Da ist ein geheimer Mitarbeiterraum, ja. Da ist der heilige Graal-Tastreck. Sonderangebote, Tobi. Und nur, wenn du Schlüssel findest, kommst du da rein. Leid und clever kaufen bei Obi. Okay, habt ihr alles soweit fertig oder nein? Nee. Max, Alphastein, helft ihr gerade mit oder nicht? Ja. Sicher? Ich hab Alphastein als Alphar. Ach, Junge, Mann, ich hasse es, mit Alphastein aufzunehmen. Ich glaub, ich mach echt keine Videos mehr mit dem, wirklich. Ja, ist halt echt scheiße, Alphastein. Also, keine Ahnung, dann brauchst du noch nicht mehr mitmachen. Alphastein kannst du einfach nie an Regeln, Alter. Der hat so ADS, Alter. Das ist so anstrengend. Ich bin uns jetzt. Junge, Bau, du Hurensohn. Beruhig dich. Nee, Digga, es ist unmöglich, sich zu beruhigen bei dir, Autistensohn. Bist der dümmste und anstrengendste... Was willst du denn? ADS, Kasper der Welt. Ah, das ist ein Spiel. Das ist lustig. Boah, Junge, ich hasse ihn so sehr. Kasper, Kasih ist Kasse. Tobi, will der mich verarschen? Bau, scheiß, Türen. Ich hab keinen Stahl. Dann such dir, Weltchen, es ist ein Bau-Game. Du kannst Sachen abbauen. Nein, krass. Boah, du Hurensohn. Halt der Uhr. Halt deine Fresse. Du nerviges Scheißkind, Alter. Ja, was? Komm, Max, go. Ja, ja, ich bin auch dabei. Oh, yeah, yeah. So, ihr versteckt euch jetzt. Ihr habt keine Waffen. Also, kommt mal bitte alle zu mir. Kommt alle bitte alle zu mir. Ähm, okay. Alphastein, wenn du eine Waffe hast, ich nehme nie wieder mit dir irgendwas auf. Okay. Ich glaube, hier ist alles drin. Hier fehlen noch Türen bei mir. Echt jetzt? Ja, also zwei. Ja, ich spring hier. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ich zähle. Rein da, los. Rein da, Stein. Let's go. Stell dir vor, ich hätte dich jetzt schon gehittet, Alter. Drei, zwei, eins und go. Ich komme. Okay, Jungs, wir müssen jetzt einfach auch Sound hören. Ja, ja. Wart mal auf euch zu bewegen, Jungs. Wart mal auf euch zu bewegen. Oh, mein Gott. Man verliert da auch echt schnell den Überblick als Sucher. Ey, Stein. Hör auf, Mann. Du musst weglaufen. Mehr darfst du nicht machen. Was hat er gemacht? Er baut wieder. Ich schwöre, Junge. Ah, mit dem Jagdgewehr ist es so schwer. Ein Hit. Nein, wir wissen ja, wo Stein ist. Wir können einfach weglaufen. Ja, ja, wir wissen ja einfach wohl. Ja, einer down. Okay, nice. Ja, ja. Tut mir leid. Ja, ja. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn auch, Digga. Nein. Dürfen wir uns auch bewegen oder müssen wir da stehen bleiben? Nee, dürft er schon bewegen. Alter, ist das ein Brain-Fuck. Ich habe so Angst, weil er kann überall sein. Stein. Raus. Stein. Hör auf. Geh raus. Geh da raus. Raus da. Alter, ich habe gerade so Angst. Vor allem, er könnte jeden Moment um die Ecke laufen. Doch, Sepp. Ich höre Türen. Oh Gott. Alles gut, Bruder. Alles gut. Der ist irgendwo ganz bei uns in der Nähe. Ich höre ihn auch. Nein, der läuft gleich wieder. Nein, der läuft wieder. Nein. 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 Die Ecke sind zu laut. Ich habe ihn verloren. Nein. Nein. Alter, war das ein Braum. Es ist cool. Nein. Nein. Der war auch so knapp. Was war das denn? Das Kälte ist ja noch an dir dran. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, mein Gott, Alter. Ey, das ist so geisteskranker Nervenkitzel. Okay. Ich habe einen Namen. Spaß habe ich nicht. Ich sporte mal von oben. Okay, Leute. Jetzt kommt von oben noch eine zweite Sicht von Tobi dazu. Revi, seit wann darf man da oben entlang laufen? Äh, habe ich nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ey, das ist so heftig, Mann. Das ist so heftig. Oh, shit. Nein. Oh, shit. Der erste Hit, Alter. Nein. Ey, er prügelt. Er prügelt. Auf, also prügeln. Auf, hin. Auf, hin. Ich prügele dich auch tot. Ja. Ja. Was willst du denn hier? Hör auf. Hallo, wo kommt der Stein hier? Auf, wiedersehen. Oh, Leute. Okay. Ich würde sagen, jetzt haben wir einen anderen Sucher. Und ich würde sagen, einfach seines dran. Willst du suchen? Ich will suchen. Okay, gut. Max, wechseln am besten das Team. Dein Jagdgewehr liegt hier vorne mit 300 Schuss. Keiner darf Waffen benutzen, außer Max. Auf Ehrenbasis. Max, hacken ist okay. Jagdgewehr und hacken. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass wir mal so ein bisschen Zerkeshys Castle in Fortnite nachbauen, dann lasst auf jeden Fall mal gerne 30 Milliarden Daumen nach oben da, Leute. Ihr wisst, wie es aussieht. Wahrscheinlich. Drei, zwei, eins und ich komme. Tobi, komm mal zu mir schnell. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Mach nichts, mach nichts, mach nichts. Lauf weiter. Lauf weiter, Junge. Lauf weiter. Loll. Tobi, Alter. Meinst du, er rafft? Nee, oder? Hör auf, Junge. Du, alsi. Hör auf, Tobi. Alter, ey. Schwere. Das wäre so ein geiles Versteck gewesen. Ich wollte den Startball werfen, das war nicht Absicht. Alphastein? Ja. Ja, ihr findet mich nie. Max, ihr findet mich nicht. Aber macht ihr irgendwie so komische Tricks, oder? Nee, nee, Tricks sind wir nicht. Aber, na, ich sage mal so. Tricks würde ich nicht machen. Hey. Hey. Da ist er doch. Oh mein Gott, das war ein Hit, das war ein Hit, das war ein Hit. Tobi, ich habe es gehört, es tut mir leid. Nein, was nicht. Guck da auf die Lebensanzeige. Oh mein Gott. Ich habe in den Nacken geschossen. Aus der Entfernung erledigt, zwei Meter. So, meine Freunde, für euch beiden habe ich mir was Besonderes überlegt. Ja. Und zwar werde ich mal die gute alte Aufklärungsdrohne einsetzen. Aufklärungsdrohne einsetzen. Aufklärungsdrohne einsetzen. Ey, das ist unfair, Alter. Du darfst nicht von oben gucken, Digga. Nicht von oben. Wo ist denn Max? Tobi. Ja, ich sehe ihn gerade. Wo bist du, Rewi? Du bist vor zwei Minuten an mir vorbeigelaufen, Alter. Lol, Alpha, was machst du denn? Nein. Warte mal, ich habe hier gerade... Hör doch auf, du schiebt, Digga. Wow. Digga. Nein, nein, du w***er Alphastein. Du kleiner, ehrenloser Hundesohn, Alter. Was ist das hier los? Alphastein, du bist der größte Penner von allen. Wo seid ihr jetzt hin, Mann? Alphastein, Alter, das war so ehrenlos von dir. Verpiss dich, Junge. Ich hasse dich so sehr, Alter. Alphastein, verpiss dich jetzt von mir, Alter. Oh, oh. Ihr müsst doch hier... Digga. Hörer. Alter. Oh, Alphastein ist weg. Nice, Digga, nice. Ey, Tobi, du glaubst es nicht. Ich sehe es, ich sehe es. Man sieht es gerade immer in der wechselnden Ansicht, Leute. So geisteskrank, dieser Spielmodus. Echt heftig, Alter. Vor allem, wenn man hier überall Golf spielen kann. Schieß mal von oben ein paar Bälle rein, Tobi. Ja, ich versuch's gerade, aber ich bin nicht so gut in Golf. Nein! Nein, Junge. Oh mein Gott, Alter. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann smacht auf jeden Fall den Like-Button da oben. Lasst mir auf jeden Fall einen Zapf. Da ist kostenlos und nutzt sich. Tobi, warum hast du dich umgebracht? Warum tust du das, Alter? Das musst du nicht. Du hast schon zwei Millionen, was willst du? Ja, ähm, schaut auf jeden Fall. Ich hab mich abonniert. Schaut auf jeden Fall bei Alphastein vorbei, Leute. Und bei iCrymax und bei Tobi. Und das war uns ein wunderschönen Video. Macht's gut, meine Freunde. Haut da rein. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.